Das war's. Das war's. Es gibt keinen Abspann. Das war's. Doch, es müsste eigentlich einen Abspann geben. Schauen wir nochmal rein. Vielleicht habe ich noch so sehr weggedrückt. Ich meine, es gebe nämlich noch meinen Abspann. Na komm, lass schneller. Ich muss eh nichts mehr treffen oder so. Das Teil explodiert jetzt nur noch und dann sind wir glücklich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Habe ich doch so passend gespeichert, den gerade gehabt. Na komm, lass schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Da explodiert es noch einmal. Und ich sammle nochmal schön ein Herz ein, weil ich darauf ein paar Lust habe. So, jetzt lüge ich aber nichts mehr. Ja, ich habe den Abspann weggedrückt. Sorry, Leute. Ja, ich habe den Mund. Dann grünen Sie. Ja, ich habe den Mund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ich eigentlich zum Ende noch vorhatte, war eine PDF-Datei zu zeigen Wo das Tagebuch der Krankenschwester drauf ist Aber ich finde, ist ums Verrecken nicht Wenn irgendjemand das hat, lasst es mir bitte nochmal zukommen Ich reiche es danach Ansonsten war's das jetzt, Leute Bis dann